Nein, wir müssen uns doch ein auf den Boden setzen. Rein mit dem Zeug. Der Daumen braucht nichts mehr. Inserten. Sollte das ab, ne? Weil er es jetzt wegkriegt, wenn das nicht voll ist, kann er wieder fleißig wasten. Okay, dann schauen wir jetzt, was die anderen Tanks sagen. Da ist der Ausgang. Ja, da war mein Testing-Feld. Da muss noch was eingebaut werden. Da fehlen auch noch Sachen. Okay, du bist so weit voll. Da ist schon wieder was zu essen. Nom 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 nom. Nom 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 nom. So, füllt er jetzt die beiden kleinen niedlichen Tanks auf. Ja, füllt beide schön auf. Ich bin begeistert. Ne. Die brauche ich jetzt noch, denn... Ne, noch ein höher. Wir machen das doch jetzt zu. Hier muss nach deinem E-Kabel hin. Zuck, zuck, zuck. Blub. Und... Das haben wir auch schon mal. Der braucht jetzt noch Strom. Kann das von da drüben abnehmen? Hätte ich auch wohl machen müssen. Und zwar von der Stromquelle. Weil die andere nichts taugt. Dann muss ich die Stromleitung noch verlegen. Aber du darfst dich mit der nicht verwenden. Denn das soll nur der Strom sein. Die von da kommt. Jetzt haben wir noch die Itempipes. Die aber... Die Items können da eigentlich raus. Ich brauche noch einen Import. Mal wieder. Wir brauchen noch eine Chest. Dankeschön. Kabel haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Wir haben alles. Jetzt ist der schon voll. Und der darf da hinten wieder alles fröhlich wegschmeißen. Ich weiß nicht, wie er lustig ist. Lass dich bitte zugreifen. Und zack. Und zack. Wenn jetzt was ist, kann ich sagen, zack, bestellen. Da kriege ich jetzt keine Cover vor. Doch, ich könnte da Cover vorkriegen. Stimmt. Geht ja. Hab ich denn welche mit? Hinweis? Nee. Ich probiere, wie ich Versades habe. Für marble Blöcke. Habe ich. Habe ich. Kann man da in den Winter welche reinpacken. Da hin. Und einmal auf der anderen Seite. Na gut. Äh. Das wollte ich doch nicht. Das wollte ich. Das sieht zumindest ein bisschen besser aus. Stein. Ecke zumachen. Wenigstens richtig. Und das ist wieder so ein Ding. Warte. Ich will hoffen, nicht aufmachen mehr zu müssen. So. Eine Fackel fehlt natürlich hinten. Haben wir auch. Die Dinger können wir gleich auch bestellen. Genau. Das sind die. Dann werde ich die Wodendinger nochmal hergestellt. Woden. Ach. Die werden ja so hergestellt. Stimmt. Die werden ja aus 3 Spools Slaps hergestellt. Slaps. Moment. Moment. Ich muss dann auch noch und selbst für Slaps machen. Jo. Ähm. Wut. Alter. Der pumpt jetzt vielleicht nicht nach da hinten raus. Das war klar. Klub. Oh. Können wir ja. Den läuftisch. Das heißt. Dies. Haben wir noch Platz dafür? Du. Wolltest ich mal wieder raus. Das heißt. Das ist. Genau. Ich soll das Rezept rein eigentlich gefertigen. Muss ja mal wieder ein bisschen sortieren. Das läuft. Die ersten Twecks können schon mal beim nächsten Mal gebaut werden. Aber. Wir können schon mal was anderes machen in der Zeit. Starb. Jetzt hat er gleich nicht mehr wissen was. Das hatte ich nicht vorher gesagt. Beziehungsweise letzten Folgen lang. Das machen werden. Habe ich nicht richtig Bock drauf. Miu. Alter. Oben ist hoch. Haben wir viel Platz. Und der. Chunk fehlt da. Hm. Chunk fehlt nicht. Ja. Wenn man genau zwischen geht dann. Dann leckt das. Aber wenn man da. Wenn man da so jetzt reingeht dann. Ist der Chunk wieder. Betretbar. Ich würde sagen. Hier hinten. Drinnen. Einfach hier hochgezogen. Hm. Hier so zwischen. So. Eins. Oh. Wenn wir das von oben machen. Eins. Zwei. Brauchen wir doch gar nicht. Wir brauchen eigentlich nur so. Ne. Dann ne Fackel rein. So. Dann reißen wir. Unten noch mal. Zumindest die auf. Ne. Du kriegst ein Baumstämmchen. Oh. Weg mit dir. Ne. Ne. Du kannst es nicht. ittens bleiben. Dann ist das jetzt mal nach oben. Weiter nach oben. Ich hänge irgendwo. Weg. Weg, weg, weg. Weg, weg. Weg, weg, weg. Weg. Weg, weg, weg. 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 Jetzt fahren wir jetzt hin. 120. Gehen wir noch ein bisschen höher. Okay, noch 150. Okay, 152, ist auch nicht schlimm. So, jetzt kann man links und rechts immer so paar Dinge rausgucken lassen. Das wäre dann zum Beispiel... So, oben ist klar. Da vielleicht noch. Obwohl, da müssen wir glaube ich immer so ein bisschen Abstand lassen. Dann machen wir nochmal zwei drauf. Das heißt immer so viel Abstand. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann machen wir hier noch einen rein. So. Dann machen wir nochmal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann machen wir da noch einen rein. Dann hat man eigentlich schon sehr viel von dem Zeug. Dann machen wir hier oben noch welche rein. Dann machen wir hier oben noch welche rein. Die dann so. So. Den noch. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das heißt. Den und den machen wir auch noch so. Dann machen wir noch. Dann machen wir es richtig. Denn wer es richtig machen will, macht es einfach so. Und dann kann man das doch jetzt noch verkleiden. Dann machen wir das auf jeden Fall auch. Also ein Stück da. Ja. Schau mal, der Tower ist dafür auch erledigt. Wir fliegen aber kurz runter. Ich will den Zeppling loswerden. Ich sterbe bestimmt. Doch nicht. Ich sehe, ich habe deinen Zombie gesehen. Ich habe dich gesehen. Und du wirst verbrennen. Ich nicht, aber du. Old Comp ist auch bald fertig. Müssen wir auch dran denken wieder. Okay. Dann machen wir jetzt das Wood nochmal weg. Langsam kommen die ganzen Produktionsstätten jetzt. Langsam fertig. Okay. Glasfiber. Da haben wir es. Glasfiber. Öh. Äh. Ist es so? 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 Na ja. Okay. Ich habe nicht mehr so viel. Wie kriege ich das denn? German dust. I find an emissivator, pulvervisor.